She's gonna hate me. Oh mein Gott. Glückwunsch zu deinem Neu... I can't. Hallo Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie ihr seht, ich bin heute bei der Ellie auf dem Account. Oh Gott, ich kann das nicht machen, das ist so heftig. Okay, ich stream gerade nebenbei und bin auf die brillante Idee gekommen. Tja, Ellie, fünfmal das gleiche Pferd zu holen, aber ich habe mir natürlich ein billiges ausgesucht, also das hier für 230, was auch absolut hässlich ist. Ich werde ihr das Ganze vier- oder fünfmal kaufen, das sind dann halt so um die 1.150 Star-Coins. Ähm, ja, sie wird nicht passen, aber ich kann es nicht machen, die wird mich so umbringen, aber die müssen jetzt halt auch alle die gleichen Namen haben. Gott, das ist so furchtbar. Tuxedo. Tuxedo, ich kack ab. Ich brauche so richtig Scheißnamen. Tuxedo Rambler. Oh mein Gott, ich kann das nicht machen. Die Ellie wird mich umbringen. Nee, Mann, die wird mich so hassen. Oh Gott, die wird mich so hassen. Okay, Tuxedo Rambler. Ich merke mir jetzt diesen Namen, ich schreibe mir den jetzt auf und dann kauf ich das einfach jetzt nochmal. Oh mein Gott, ich kack ab. Sie wird mich so hassen. Sie wird mich so hassen. Sie wird mich so hassen. Oh mein Gott. Glückwunsch zu deinem Lauf. Ja, okay, Freunde. Wir machen das Ganze jetzt noch viermal. Ich muss mir jetzt halt immer wieder ausloggen. Oh Gott, Alter. Das ist so furchtbar. Okay, bis gleich. Oh Gott, dieses Pony ist so hässlich. Ich kack ab. So, ein letztes Mal noch. Abfahrt. Oh Gott, das sieht so ganz, ganz furchtbar aus. Das sieht so furchtbar aus. Dann kommt sie so rein und denkt sich so. Digger. Ja, okay, Freunde. Also, ich gucke dann, dass ich ihre Live-Reaction irgendwie filme. Aber ich schneide es dann später halt zusammen. Wir sehen uns dann. Bis dann. So, Leute. Jetzt ist es ungefähr eine Woche später. Die Ellie ruft mich gleich auf Skype an. Wir wollten jetzt ein bisschen Star Stable spielen. Und ja, das ist das erste Mal, dass sie on kommt seit dem Ganzen. Und ich bin jetzt mal gespannt auf ihre Reaktion. Ich komme jetzt. Ich habe heute richtig schlecht geschlafen. Es war so warm. Ich war besoffen. Ich glaube, ich bin immer noch besoffen. Können wir ein bisschen leveln? Ähm, ja, können wir machen. Aber, ähm, ich wechsel noch schnell pferd. Meine Stallhilfe backt so unnormal rum, gell. Das nervt mich richtig. Vor allem, ich komme bei mir in meinem Heimi in eine Box nicht mehr rein, gell. Das ist so verbuggt. Das fuckt mich so ab. Und du betrittst deinen Stall. Keine Ahnung. Meine Pferde backen richtig rum. Warum? Was ist denn hier los? Wieso? Hä? Mich hat jemand gehackt, glaube ich. Wieso? Was ist denn? Was sagst du denn die ganze Zeit? Ich habe fünf Asajj-Ponys und die heißen alle Tuxedoa-Embler. Hä, echt jetzt? Ja. Lad mich mal in dein Heimi ein. Ich will das mal sehen. Als ob jetzt ernsthaft? Ja. Aber ich glaube, sonst sind alle Pferde noch da. Ich sehe dich sogar. Was? Was ist das denn? Hä? Das ist doch nicht normal, oder? Hä? Warum sollte dich denn jemand gehackt haben? Ja, eben. Aber ich frage mich, glaube ich, wie viele Starcoins ich hatte. Ich muss mal eben gucken, ob ich noch alle Pferde da habe. Warte mal. Ist das englische Vollblut denn noch da, was ich mir letztens gekauft habe? Ja. Hä? Ja, als ob jemand da nur ein Pferd verkaufte, wenn dann schon alle, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, was willst du jetzt machen? Ich will jetzt mal gleich ein Passwort ändern. Warum lachst du so? Du bist nicht verarscht. Du bist so ein Opfer. Oh mein Gott. Du bist so ein Opfer. 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 Ich habe, ich habe, ja, vielleicht habe ich da was gemacht. Du bist so ein Opfer. Die werden jetzt erst mal verkauft, die Pferde. Hä? Ich habe voll den Litten Namen ausgesucht. Mega. Geil, du hast es mir einfach geglaubt. Ich war gerade voll verwirrt. Ehre. Du hast ja auch meintest, so, dass das, dass es so bangt. Alter, ich dachte die ganze Zeit, scheiße, du gehst nicht in dein Heimi rein. Wenn ich so irgendwie da ausrede, dass es dann dein Heimi geht. Ja, bei mir backen die Türen voll. Ja, ja, dann kriege ich, dann bist du mir 10.000 Star Coins schuldig. 10.000, oder? Äh, 1.000. Du dumm, Bitch.